Heute zeige ich Ihnen eine praktische Lösung für ein typisches Problem beim Einsatz von Wärmebildkameras in der Instandhaltung. Hier gibt es oft viele gleichartige Messobjekte, Schaltschränke etwa. Und die resultieren in vielen ebenso gleichartigen Wärmebildern. Das erschwert natürlich die spätere Verwaltung und Zuordnung der Aufnahmen. Die Testo-Sight-Recognition-Technologie der Testo-Wärmebildkameras erkennt Messorte anhand eines Codes automatisch und ordnet die Bilder gleich richtig zu. Auch die Verwaltung im Archiv auf Ihrem PC ist automatisch richtig. Für Testo-Sight-Recognition gibt es insgesamt zwei Videos. In diesem geht es um die manuelle Erstellung der Codes für die Messorterkennung. Das andere befasst sich unter anderem mit dem Erstellen der Codes durch Import von Inventarlisten. Wir starten in der Software Testo IR Soft und klicken hier auf die Registerkarte Archiv. Hier finden sich die Einstellungen für Testo-Sight-Recognition. Um mit einem Archiv zu beginnen, muss zunächst ein Projekt angelegt werden. Beim Erstellen eines Projekts können auf der rechten Seite die Adressdaten der Objekte eingetragen werden. Wenn Sie Messobjekte mit unterschiedlichen Adressdaten haben, können Sie natürlich mehrere Projekte anlegen. Später erscheinen diese dann automatisch in den Berichten. Die meisten unserer Kunden in der Instandhaltung haben in der Regel sehr viele Messobjekte. Wenn es Ihnen genauso geht, empfiehlt es sich zur besseren Übersicht, eine hierarchische Struktur mit Ordnern und Unterordnern anzulegen. Das funktioniert über Ordner hinzufügen. So können Ordner mit bis zu drei Unterordnern angelegt werden. Das ist natürlich alles optional. Sie können die Messobjekte auch unter Projekte anlegen. Auf der rechten Seite befinden sich immer die Eingabefelder zur Benennung von Ordnern und Unterordnern. Als nächstes legen wir ein Messobjekt an. Entweder direkt unter einem Projekt oder unter Ordnern und Unterordnern über die Funktion Messobjekte hinzufügen. Mit der Testo 883 können Sie für jedes Messobjekt Einstellungen wie Emissionsgrad, Alarmwerte und so weiter vordefinieren. Diese Einstellungen werden automatisch in der Wärmebildkamera für die Messung vor Ort übernommen, wenn der gescannte Code im Modus Site Recognition bestätigt wird. Hier sehen Sie nun exemplarisch die gesamte Ordnerstruktur angelegt. Die erstellten Ordner, Projekte und Messobjekte können Sie ausschneiden, einfügen, entfernen sowie nach oben oder unten verschieben. Jetzt kommen wir zu den Testo-Codes. Sie sind entscheidend für die Funktion der Testo Site Recognition. Sie können entweder einen Code für ein ausgewähltes Messobjekt drucken oder die Codes aller neuen Messobjekte auf einmal ausdrucken. Die Codes werden beim Drucken in ein PDF umgewandelt. Beim Format haben Sie die Wahl zwischen A4 und Briefformat. Die Positionen der einzelnen Codes sind frei wählbar. Das PDF mit den Codes kann über einen Drucker ausgedruckt werden. Es kann auf handelsübliche Selbstklebeetiketten wie auch auf andere für Ihren Drucker geeignete Materialien gedruckt werden. So, und jetzt können Sie Ihre Codes schon auf die jeweiligen Messorte kleben. Wenn Sie bereits eigene Codes, wie zum Beispiel QR-Codes, Data Matrix oder Code 128 im Einsatz haben, können Sie natürlich auch diese für das Scannen vor Ort verwenden. Dazu muss, wie vorhin gezeigt, jedes Messobjekt zunächst einmal im Archiv angelegt werden. Unter Marker ID tragen Sie die Bezeichnung ein, die von Ihrem vorhandenen Code kodiert wird. Egal, ob Sie die Testo-Codes generiert haben oder eigene Codes verwenden, erfolgt jetzt die Übertragung der Daten per USB an die Wärmebildkamera. Ab sofort erkennt die Testo 883 die Codes und speichert die Informationen in den Wärmebildern. Probieren wir das Code-Scannen einmal aus. Ich klebe exemplarisch den gerade erstellten Testo-Code auf. Das könnte natürlich auch Ihr QR-Code sein. Vor der Messung scanne ich den Code ab und die Kamera erkennt den Messort automatisch. Diesen bestätige ich und alle folgenden Bilder werden unter diesem Messort abgespeichert. Aber wie bekomme ich die Bilder auf meinen Rechner? Genau, mit der Testo IR Soft. Dafür die Kamera einschalten und per USB mit dem Rechner verbinden. Der Assistent zum Upload der Bilder startet automatisch. Wenn Wärmebilder mit der Testo Site Recognition Technologie erstellt wurden, wählen Sie bitte bei der Verwendung des Importassistenten zu Site Recognition Archiv hinzufügen. Die Bilder werden automatisch beim zugewiesenen Messobjekt abgelegt und ich kann sie für die Analyse öffnen. Kleiner Exkurs. Über die Funktion Archiv, hinter der sich in der IR Soft ja Testo Site Recognition verbirgt, kann man auch sehr gut nach Wärmebildern suchen. Etwa nach Projekten, Eigenschaften des Messobjekts, Ordnern oder Wärmebild-Eigenschaften und Einstellungen. In diesem Fall suche ich nach Schaltschrank 123. Ich wähle mir beispielsweise dieses Bild aus und öffne es mit der Schaltfläche Ausgewählte Bilder öffnen. Das Bild öffnet sich automatisch in der Registerkarte Analyse. Zu den vielfältigen Analysemöglichkeiten finden Sie ein eigenes Video in unserem Kanal. Ich gehe aber direkt zur Berichterstellung. Dafür starte ich nach Auswahl der Registerkarte Bericht den Berichtsassistenten. Hier wähle ich die Vorlage Industrie-Thermographie mit Testo Site Recognition. Ich wähle meine Bilder aus und gebe dazu die relevanten Informationen für den Bericht ein. Am Ende erhalte ich eine Vorschau. Und wie Sie sehen können, wird der Messort unterhalb des Bildes im Bericht angezeigt. Fertig! So funktioniert Thermographie mit der Testo Site Recognition Technologie. Schauen Sie sich auch unser anderes Video an und lernen Sie, wie man Codes erstellt, indem man Inventarlisten importiert. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Daher und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.